und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klembau steinbaus heute habe ich für euch von light stacks ein herz mitgebracht und zwar wie gesagt das stacks herz ich habe es in der bright und transparent version gekauft es gibt das ganze aber auch in komplett rot zum beispiel ein gutes geschenk für einen valentinstag oder auch in matt und verschiedenen farb variation da könnt ihr euch auch gerne mal die verschiedenen variationen anschauen ich habe dieses set für meinen teil von open brick source gekauft dort kostet es 15 euro und ist damit genau der durchschnitt von dem was man für dieses herz hier bezahlt teilweise bekommt man es für 11 bis 12 euro von ebay zum beispiel manche shops verlangen dann bis zu 20 euro da sind wir mit den 15 hier in einer realistischen mitte mit dem bright transparent herz möchte ich jetzt auch gar keinen politischen hintergrund vertreten oder ähnliches sondern ich habe mir das ganze gekauft weil ich die verschiedenen bunten stack steine dann auch für mocks noch benutzen kann also ich bitte euch auch dass wir uns in den kommentaren wenn wir darüber diskutieren auf dieses set hier beziehen und nicht auf die farbwahl dieses sets genauso wie beim valentinstag dass wir uns da auch auf dieses set beziehen und nicht darüber reden ob man nun den valentinstag feiern sollte oder nicht das soll wie immer jeder selbst entscheiden was er davon hält es ist natürlich ein sehr kleines set wenn man diese version von open bricks für 15 euro bestellt ist auch keine original verpackung dabei sondern nur die anleitung und natürlich das kabel die power base und die verschiedenen steine und das wird natürlich ein sehr kurzfristiger bauspaß werden wie gesagt ich habe momentan etwas mehr stress und deshalb kommen momentan auch mal ein paar kleinere sets zum zug ich denke dass dieses stack set hier ein ganz interessanter vertreter wir haben dabei eine aufhalt anleitung gut bei den steinen braucht man auch keine klammer gebundene die druckqualität könnte natürlich schöner sein und auch die papierqualität könnte besser sein denn das ist mehr oder weniger ein dickes kupier papier kein hochglanz papier aber ich glaube sowieso die wenigsten werden hier nachbauen sondern schauen sich halt das bild an und bauen es danach auf dann haben wir natürlich das kabel es ist ein micro usb anschluss also kein usb typ c und das macht dafür einen wirklich guten und hochwertigen eindruck und dann haben wir natürlich die power base ich denke die meisten werden die von stacks kennen hier auch mit dem anschluss und dem ein und ausschalter und wir haben natürlich die leuchtenden stack steine die machen auch immer einen sehr hochwertigen eindruck sollte es natürlich für den preis auch machen und da hatte ich bisher auf eine ausnahme immer gute erfahrungen mit ich möchte euch auch gar nicht so auf die folter spannen fangen das ganze jetzt mal an zu bauen ich denke das wird ein speed bild im zeitraffer werden und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen set wieder werden wir uns gleich mit dem fertigen um wir kommen jetzt mal an Und ihr habt es gesehen, wirklich blitzschnell, also nicht mal zwei bis drei Minuten und der Bau ist vorüber. Die Klemmkraft ist Lightstacks typisch sehr sehr hoch, also man muss hier schon kräftig zusammendrücken, damit am Ende alle Kontakte wirklich funktionieren und das Ganze leuchtet. Für kleine Kinder ist das auf jeden Fall nichts Erwachsene haben, kein Problem damit. Die Powerbox hier unten funktioniert ja wie eine Art Akkubox. Deshalb kann ich euch die verschiedenen Lichtmodi des Herzens schon mal zeigen, ohne dass ich es anschließe und dann schließe ich es mal an den Strom an, dann seht ihr nämlich mal die komplette Leuchtkraft von dem Set. Wir haben auf jeden Fall hier unten den Knopf, wenn wir den einmal drücken, leuchtet dieser Knopf grün und das gesamte Herz leuchtet dauerhaft. Wenn wir es nochmal drücken, leuchtet der Knopf gelb und da reagiert er auf Audio. Ich kann euch das mal mit Klatschen zeigen. Das Flackern ist ganz normal, weil ich ja rede und wenn ich klatsche, dann reagiert es auf das Klatschen. Das mache ich jetzt im Video nicht allzu oft, denn ich glaube, das ist kein Genuss für eure Ohren. Wenn ich noch einmal darauf drücke, wird es dunkelblau und dann blinkt es. Also das reagiert jetzt nicht mehr auf meine Stimme. Wenn wir noch einmal drauf drücken, ist es rot und es blinkt wieder genauso schnell, ist aber dabei ein wenig gedimmt und nicht ganz so hell wie im blauen Modus. Wenn wir noch einmal drücken, ist es türkis und in diesem türkisen Modus pulsiert es so ein wenig. Also es geht langsam an und langsam aus, dimmt sich und geht wieder an. Und zu guter Letzt haben wir noch den pinken Modus. Da reagiert er auch auf Geräusche, geht dann an, bleibt ein wenig an und gleich wird er blinken und geht von allein aus. Und sobald wieder ein Geräusch kommt, geht er wieder an. Wenn ich jetzt aber gleich ruhig bin, bleibt es aus. Und wenn ich wieder rede, geht es wieder an. So ist der ganze Kreislauf und wenn wir noch einmal drücken, wirkt das Ganze hier transparent, leuchtet also nicht mehr und dann ist das Herz komplett deaktiviert. Wenn ich das Ganze jetzt mal anstecke, damit es wirklich seine volle Leuchtkraft entfalten kann, seht ihr auch gleich, das Ganze ist wirklich hell. Ich meine, hier sind einige Leuchten an, damit bei einem Video das gut ausgeleuchtet ist und trotzdem wirkt das Ganze hier schon sehr, sehr gut und auch hell. Übrigens habt ihr, wenn ihr es ladet, nicht diese Unterscheidung am Knopf von den Lichtmodi mit den verschiedenen Farben, sondern dann blinkt es die ganze Zeit rot. Es ist nicht für jeden etwas. Denn man bezahlt hier für 16 Steine und kaum Bauspaß, weil es sehr schnell vorbei ist, um die 15 Euro und hat dann am Ende ein kleines leuchtendes Herz. Das ist nicht für jeden was. Das ist eine sehr eingeschränkte Zielgruppe. Und Lightstecks sind teuer. Das ist Fakt. Das kann man jetzt nicht mit dem normalen Klemmbaustein preisen oder dem, was wir bei normalen Klemmbausteinen als gut empfinden würden, vergleichen. Denn wenn wir das auf den Bau reduzieren für 15 Euro, wäre es eine totale Katastrophe. Das ist dieses Herz aber nicht. Denn wer damit etwas anfangen kann, der bekommt genau das geliefert, was er erwartet. Tolle Leuchtsteine mit einer guten Qualität, ein kleines lustiges Gimmick dazu und das kann man auch sehr gut verschenken. Es gibt es auch noch in einer 19,99 Euro Version, da sind verschiedene Stickersprüche dabei. So etwas wie einfach nur Danke oder ich liebe dich oder beste Oma der Welt, beste Mutter der Welt, bester Vater der Welt. Solche Sachen. Es ist wirklich ein interessantes Geschenk, gerade wenn derjenige, dem man es schenkt, vielleicht Klemmbaustein verrückt ist. Oder wenn man sich einfach wirklich so eine kleine putzige Lampe leisten möchte und bereit ist, das Geld dafür auszugeben. Wer aber ein leuchtendes Herz sucht, ist hier genau an der richtigen Stelle. Ich finde auf jeden Fall die verschiedenen Modi cool. Ich finde das Endergebnis schön und damit gibt es von mir, wenn ihr damit etwas anfangen könnt, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.